Bei Twitter so richtig mitzudiskutieren, das war bisher oft auch pain in the ass, muss man sagen. Das Postfach quillt über mit Dingen, die man vielleicht gar nicht lesen will. Gibt aber Abhilfe, darüber sprechen wir heute. Twitter gucken ist ja manchmal schon anstrengend, aber wer da mitdiskutiert, so richtig da reinschreibt, der muss das schon mögen. Weil mitdiskutieren bei Twitter setzt irgendwie schon automatisch so eine Eskalationsspirale frei. Weil dann ja, wenn der eigene Accountname von irgendwem erwähnt wird, man ertrinkt ja plötzlich in so einer Flut von Antwort-Tweets. Die Mentions, so heißen die bei Twitter, eigentlich ja dazu gedacht, dass man mitbekommt, dass die Diskussion weitergeht. Aber auf der anderen Seite natürlich super nervig und so eine Spirale kann eben schnell zu Hate Speech führen. Like, wer es kennt. Twitter hat das Problem jetzt entschärft. Sprechen wir drüber mit unserer Netzreporterin Martina Schulte. Wie denn? Also Twitter hat eine neue Funktion eingeführt, die An-Menschen-Funktion. Und damit kannst du dich aus Konversationen verabschieden, auf die du keinen Bock hast. Weil du einfach zu oft erwähnt wirst von anderen Menschen und deine Timeline überquillt. Oder weil dir der Ton der Debatte nicht passt. Oder weil nach ein, zwei Replies vielleicht auch alles gesagt ist und du nicht wissen willst, was zig dir unbekannte Menschen noch dazu zu sagen haben. All das kannst du mit der An-Menschen-Funktion eben beenden. Endlich muss man sagen, denn Twitter hat uns ja diese Funktion schon im Juni letzten Jahres versprochen. Ich glaube, wenn du sagst ein, zwei Replies, spätestens dann wird man doch schon beleidigt bei Twitter. So schnell geht das. Ja, auf jeden Fall. Wie funktioniert das praktisch? Also das geht über diese drei kleinen Punkte, die sich neben dem Tweet befinden. Einfach draufklicken, dann erscheint der Menüpunkt Unterhaltung verlassen. Und wenn du da draufklickst, dann erscheint halt eben so ein Pop-up-Fenster, wo dir dann nochmal erklärt wird, was für Folgen dieses An-Menschen hat. Also dass du in den Antworten auf den Tweet absolut nicht mehr getaggt wirst, dass dein Username aber dort stehen bleibt. Und dass das alles erfolgreich war, kannst du dann daran sehen, dass dein Twitter-Name eben nicht mehr blau angezeigt wird in den Tweets, sondern dass der so leicht ausgegraut wird. Okay, dann können die anderen auch irgendwie sehen, dass du die Konversation verlassen hast. So, ciao, ihr könnt jetzt hier weitermachen ohne mich. Genau. Und die wissen dann halt auch, dass sie gar nicht erstmal versuchen müssen, dich in zukünftigen Threads da irgendwie wieder reinzuziehen, weil du hast die Konversation verlassen. Und all das führt dann eben dazu, dass du eben nicht mehr mit stänkernden Kommentaren von anderen Menschen überschwemmt wirst, dass dein Postfach nicht mehr überquillt, weil du ja auch für jedes Menschen ja auch immer noch eine Benachrichtigung bekommst, ne? Ja, eben so in Terms of Überquillen von Postfächern ist ja im Prinzip jetzt wie diese Entfernfunktion für Fototext in anderen sozialen Netzwerken. Bei Insta kannst du es ja machen, kannst deinen Account rausnehmen, wenn dich jemand in einem Foto getaggt hat. Genau, und die Idee ist genau das Gleiche, nur eben jetzt für Textchats. Und das ist, wie du ja vorhin auch schon in der Anmoderation gesagt hast, das ist wirklich eine überfällige Sache, denn man hat eigentlich schon gar keinen Bock mehr, da überhaupt mitzudiskutieren. Und das Ding ist halt eben, dass bisher einfach Twitter darüber bestimmt, wie viel von so einer Konversation du ertragen musst. Also zwangsweise einfach mal die komplette Konversation. Ja, kann ja endlich sein. Genau, und jetzt hast du halt eben die Möglichkeit, dich aus dem Gespräch zu entfernen oder dich auch von einem Tweet zu distanzieren, weil vielleicht willst du ja gar nicht gemenschen werden, weil du inhaltlich gar nicht hinter dem stehst, was jemand anders tweetet, ne? Das heißt, Twitter gibt uns hier ein Stück ein bisschen die Kontrolle zurück, wobei unsere Kontrolle natürlich trotzdem eingeschränkt bleibt. Denn du kannst ja diese Menschenfunktion nach wie vor jetzt nicht komplett ausschalten, also verhindern, dass dich überhaupt irgendjemand erwähnt. Da kannst du es immer nur im Nachhinein machen, ne? Und diese ganze Funktion ist auf jeden Fall eine von sehr vielen so Anti-Missbrauch-Funktionen, die Twitter in den letzten Monaten ausgerollt hat, um den Ton auf der Plattform zu verbessern. Ja, was ja eben auch dringend notwendig ist. Was kommt dann noch oder was ist da gekommen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja einmal zum Beispiel dieser sogenannte Safety-Mode. Damit kannst du halt Belästigungen durch andere User und Missbrauch rausfiltern. Wenn du diese Funktion aktivierst, dann macht sich im Hintergrund ein Algorithmus an die Arbeit und der schaut nach Beleidigungen oder hast erfüllten Bemerkungen und siebt diese Tweets automatisch aus. Und Userinnen und User, die sowas halt abgesetzt haben, die werden dann für sieben Tage gesperrt. Eine weitere Funktion, die in die gleiche Richtung geht, du kannst auch festlegen, wer auf deine Tweets überhaupt antwortet. Und so kannst du halt irgendwelche Leute von denen weißt, oh Gott, ne, der schon wieder, hab ich überhaupt keinen Bock drauf, kannst du halt einfach ausblenden. Das heißt, insgesamt rudert Twitter hier, weil die Plattform einfach unter diesem unerträglichen Umgangston litt, einfach nochmal wieder ein Stück zurück von diesem ursprünglichen Free-Speech-Ansatz. Man hat halt gemerkt, das funktioniert einfach nicht. Und dabei dürfte es jetzt, wo Elon Musk Twitter doch nicht kauft, dann wahrscheinlich wohl auch bleiben. Wer bei Twitter mitdiskutieren will, der soll das in Zukunft entspannter tun. Die Menschen fallen weg oder können weg, damit soll unser Blutdruck in Schacht gehalten werden und am Ende auch Hate-Speech verhindert werden. Die Infos dazu hatte Martina Schulte für uns. Danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020